Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video gemacht über die Maxon Hall Reihe und wie sehr ich sie liebe, wirklich. 5 von 5, also ich liebe diese Reihe. Von den Büchern habe ich euch wie gesagt vor ein paar Wochen schon erzählt, da könnt ihr gerne mal in das Video reinschauen. Und heute allerdings, da habe ich nämlich auch erzählt, dass es eine Verfilmung geben soll. Und diese kam am 9. Mai auf Amazon Prime. Ich bin gerade dabei, sie das zweite Mal zu schauen. Ich habe sie im Flugzeug größtenteils geschaut und danach dann, als wir noch hier auf dem Weg waren, also mit circa einer Woche, nicht ganz einer Woche Verspätung, habe ich sie geschaut. Und ja, heute möchten wir mal so ein bisschen, oder ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wie ich die Serie fand. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Besetzung der Schauspieler. Ich finde, dass sowohl James als auch Ruby relativ gut besetzt sind. Ruby habe ich tatsächlich, ja, also da war ich am Anfang nicht so begeistert von ihr. Mittlerweile finde ich sie eigentlich echt gut getroffen. Gut, manche Sachen, die im Bug genannt werden, wie der Pony zum Beispiel, der ist nicht vorhanden. Was ich jetzt aber nicht ultra schlimm finde. Lynn finde ich ist unheimlich gut getroffen. Also Lynn finde ich super. Lydia ebenso super getroffen. James finde ich auch super getroffen. Da hat zum Beispiel eine Freundin gesagt, sie findet, er ist zu, er wirkt am Anfang trotzdem noch zu nett. Und nicht so wie der harte James. Aber finde ich trotzdem sehr gut getroffen. Alistair habe ich mir tatsächlich komplett anders vorgestellt. Aber ich finde wirklich, also der Schauspieler hammergeil. Wirklich, also wow. Ich finde Alistair richtig cool. Ich liebe ihn. Und Amber. Amber finde ich auch einfach unfassbar toll. Einfach wirklich. Und die Familie von Ruby im Allgemeinen finde ich super, super. Und ich finde auch, dass sowohl Cordelia als auch Mortimer, bevor ich kann den Namen nicht richtig ausbrechen, tut mir leid. Richtig gut getroffen sind. Also ich finde, er strahlt dieses kühle, harte aus. Und Cordelia ist so zwar auch kühl und hart, aber man merkt ihr an, dass sie doch einen weichen Kern hat. Und genau, also ich finde auf jeden Fall, dass die Schauspieler, oder die meisten Schauspieler, wirklich sehr gut getroffen sind. Ich habe mir tatsächlich Graham Sutton anders vorgestellt. Finde ihn jetzt auch nicht schlecht besetzt. Allerdings habe ich gedacht, er wäre deutlich jünger. Ich weiß nicht genau, wie und ob es in den Büchern vorkommt. Aber ich habe tatsächlich gedacht, er wäre deutlich jünger. Das ist jetzt ja so ziemlich die einzige Person, mit der ich jetzt nicht mehr so wirklich zufrieden bin von der Besetzung her. Kommen wir als nächstes zum Inhalt grundsätzlich, ohne Spoiler. Bei dem Inhalt grundsätzlich ist es so, dass ich finde, dass es gab Sachen, die wurden abgeändert, Sachen, die hinzukamen, die weggelassen wurden. Aber, abgesehen von einer Szene, finde ich, alle Sachen, die hinzugemacht wurden, ergeben absolut Sinn, dass es so reingebracht wurde. Und ich finde das auch nicht schlimm. Also ich habe kaum gemerkt, also was heißt kaum gemerkt, aber ich habe kaum gemerkt, dass diese Szene nicht im Buch vorkamen, weil sie einfach wirklich so schlüssig und sinnig sind. Und ich fand tatsächlich, dass manche davon auch einfach nochmal so ein bisschen die Geschichte dazu führen, dass man die Geschichte vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, ein bisschen besser versteht. Weil oft, finde ich, ist es in so Filmen so, dass da wird eine Geschichte erzählt und am Ende denkst du dir, hä? Und wenn du das Buch zum Beispiel gelesen hast von einem Film und dann denkst du dir, wie soll denn eine Person, die das Buch nicht gelesen hat, diese Geschichte verstehen? Da fehlen Dinge, da wurden Sachen weggelassen, die sind so wichtig und da wurden eben Sachen hinzugefügt, die aber auch dazu beitragen, dass man diese Serie in dem Fall richtig versteht. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Seelen kennt von Stephanie Meyer. Das Buch ist ein super, super gutes Buch, hat über 800 Seiten und es gab einen, eineinhalbstündigen Film darüber. Meiner Meinung nach absolut zu kurz, absolut wenig Inhalt. Man versteht den Film eigentlich meiner Meinung nach nicht so gut, wie wenn man das Buch gelesen hat. Und ich verstehe nicht, also ich kenne ein paar Leute, die sagen, Seelen ist mein Lieblingsfilm. Und ich denke mir so, ich weiß, du hast das Buch nicht gelesen, wie kann das dein Lieblingsfilm sein? Also Entschuldigung. Also Seelen, ich fand an sich die Verfilmung ganz okay, aber es hat halt unheimlich viel gefehlt, was mir auch. Also es war mit einer der ersten Verfilmungen, die ich gesehen habe, nachdem ich die Bücher gelesen habe. Das war so meine Anfänge mit dem Lesen, deswegen habe ich viele Bücher gelesen, nachdem ich die Filme gesehen habe. Weil ich dann einfach später erst angefangen habe und bei Seelen war es, ich habe Seelen gelesen, habe gehofft auf eine Verfilmung und dann kam sie. Und ich hatte da schon so ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, boah, das wäre super geil, wenn es in der Verfilmung vorkam. Ja, kam nicht vor, aber hätte die Situation viel besser erklärt. Und das finde ich tatsächlich, dieses Gefühl hatte ich nicht bei der Maxon Hall Serie. Da habe ich wirklich das Gefühl, es ist rund, es ist geschlossen, es ergibt alles Sinn. Und deswegen haben mir die Änderungen, haben mich nicht gestört. Ich weiß noch, ich habe mit Leuten geschrieben, auch über die Serie, wo ich dann so gemeint habe, oh, das ist anders und das ist anders und das ist anders und das ist anders. Ich denke, ja, aber es ist doch nicht schlimm. Es ergibt Sinn, dass es so und so gemacht wird und nicht so wie im Buch. Es ergibt Sinn, dass das so und so gemacht wird. Und vor allem ergibt es Sinn, dass etwas weggelassen wurde oder eben drin ist, beziehungsweise dazu gedichtet wurde, sozusagen. Und dann kommen wir mal zu den entscheidenden Unterschieden. Diese Unterschiede werden mit Spoilern sein. Heißt, wenn ihr das Buch oder die Serie noch nicht gelesen oder gesehen habt, dann werde ich euch hier in Timestamp dann gleich reinmachen, wo ihr weitergucken könnt, wo mein Fazit dann kommt. Aber hier werden definitiv Spoilern vorkommen. Jetzt kommen wir zu den entscheidenden Unterschieden. Eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, aber kaum, war, dass Lydia erst sehr spät von ihrer Schwangerschaft erfährt. Auf der Party, wo James Ruby aus dem Pool rettet, hat sie ja den Drink nicht angenommen von James. Das kommt ja später im Buch vor. Und in der Serie ist sie tatsächlich betrunken bei dieser Party. Das heißt, er wusste sie es noch nicht. Das war ein Detail, das mich ein bisschen gestört hat, aber es war okay. Also es war trotzdem für mich okay. Es war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so schrecklich. Eine Szene, die ist am Anfang von Folge 2, die habe ich gar nicht gerallt. Also wirklich, die habe ich nicht verstanden. Das war diese Schachszene zwischen James und seinem Vater. Also wenn ihr wisst, was das zu bedeuten hat, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe es nicht verstanden. Also was diese Szene dazu zu suchen hat, keine Ahnung. Ansonsten, Kieran finde ich, ist super gut dargestellt tatsächlich. Also Kieran, dass er so verliebt ist in sie und sowas, finde ich super gut dargestellt. Da hat wiederum eine Freundin gesagt, sie findet, es ist zu krass dargestellt. Aber ich hatte genau diesen Vibe von ihm im Buch. Ich hatte im Buch genau diesen Vibe, den er da auch ausstrahlt. Deswegen finde ich super. Ich finde es auch gut, wie die Serie endet. Und dass die Serie nicht mit diesem Cliffhanger endet wie im Buch, wo Ruby dann James mit Elaine erwischt. Sondern, dass er eben bei ihrem Haus steht, was jetzt im Buch auch nicht der Fall war. Danach geht er dann wahrscheinlich zur Party und damit geht es dann wahrscheinlich in Staffel 2 los. Ich denke, es hat auch seine Hintergründe, dass es genau so gemacht wurde. Ich finde es auch unheimlich toll, wie Rubys Familie dargestellt wird. Dass sie auch so viel vorkommt. Und ich liebe ihre Familie einfach. Und vor allem Ember einfach göttlich. Ich liebe, 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 liebe die Vier. Und ich finde es auch sehr cool, dass das mit dem Treppenlift vorkommt. Dass Ruby da Geld sammelt. Und sie arbeitet im Buch eigentlich nicht, im Film, in der Serie schon. Ist aber nur einmal, glaube ich, da arbeiten. Und ansonsten kommt nur noch vor, dass sie eben Geld spart. Und dann am Ende ist der Treppenlift da. Und das finde ich super, super, super cool, dass diese Story mit eingebaut wurde. Weil ich einfach finde, dass es so ein bisschen zeigt, wie sehr Ruby ihre Familie liebt und unterstützen möchte. Und deswegen, das habe ich sehr, sehr geliebt, dass das mit reinkam. Außerdem mochte ich es auch sehr, dass nachdem James Nein sagt, dass er, also dass die viktorianischen Kleider von Beaufort, Beaufort, ihr wisst, was ich meine, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid, ähm, nähmen. Also sagt er ja erst Nein dazu, sowohl in der Serie als auch in dem Buch. Und ich finde es richtig cool, dass dann eingebaut wurde, dass Ruby Ember bittet, das Kleid zu nähen. Und sie das auch dann auch zusammen nähen. Und das dann aber eben, das Kleid verbrennt, sozusagen. Oder vielleicht, als ein Loch reingebrannt wird, durchs Bügeln, so dass sie dann doch dahin fahren und das machen. Ähm, und es dann so quasi normal in der Story weitergeht. Finde ich auch richtig cool, dass es so umgesetzt wurde. Ähm, ein kleiner Nebeneffekt, der ganz witzig war, war eine Bestellung, die Kieran gemacht hat, wo dann plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, was für irgendwelche Hühner, dann plötzlich lebend, ähm, vor der Schule standen und sie sich dachten, ähm, wir wollten eigentlich Tote, die gegessen werden können, so. Fand ich auch einen ganz nützigen Nebeneffekt, dass, ähm, eben diese Hühner dann nachstanden. Was mich geärgert hat, auch ein bisschen, was geändert wurde, war die Szene beim Lacrosse-Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass sie genauso abgelaufen wäre, wie im Buch, dass, ähm, Ruby dort alleine ist und dann Alistair ihr hilft mit Fotos und sowas. So war es ja jetzt nicht. Es war aber auch nicht unheimlich schlimm, also es war auch okay, so wie es jetzt war. Ähm, so konnte eben auch eingebaut werden, dass Ruby Rector Lexington, Lexington, aus dem Erfehlung schreiben, weil sie es ja von Sutton nicht mehr annehmen möchte. Im Buch, glaube ich, nimmt sie es trotzdem, das von Sutton, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber ich kann auch absolut nachvollziehen, dass Ruby in der Serie gesagt hat, wenn das mit ihnen und Lydia rauskommt, dann hat ihr Schreiben keinen Wert mehr für mich. Finde ich absolut legitim, dass sie das gesagt hat, absolut okay. Und finde ich, passt auch sehr gut in die Story rein. Und dass sie dann Rector Lexington fragt, finde ich auch super. Ähm, es gibt natürlich noch einige andere Änderungen, die in der Serie vorkommen, die ich jetzt hier nicht nenne, weil sie meines Erachtens nicht nennenswert sind. Aber ich möchte gerade auch an diesem Thema, wo wir gerade bei Unterschiede sind, auch nochmal Sachen ansprechen, die vielleicht auch gleich sind. Beziehungsweise eine Sache möchte ich unbedingt ansprechen, die ich super, super, super toll fand. Letztendlich zwei Sachen. Und zwar einmal die Schwimbecken-Szene, wo Ruby von, ich glaube, ist das Cyril? Also im Buch ist es definitiv Cyril, im Film weiß ich es gerade nicht, ob so Ren oder ob Cyril ist, dass sie in den Pool geschubst wird von ihm und James sie dann rettet und sie ihm dann halt, ne, er sie dann zum Auto trägt und auch die Szene. Das war im Buch schon eine meiner Lieblingsszenen und im Film ist es auch eine meiner Lieblingsszenen. Das war einfach schön. Einfach wunderschön. Und genauso auch die Szene, die auf dem Ball stattfindet, dem viktorianischen, wo dann der Strom ausfällt und sie dann unten sich küssen und dann der Vater von James kommt, finde ich auch super, super cool. Und ich finde auch sehr cool, wie das umgesetzt wurde, dass Lüdiger dann eben sagt, du gehst zu deiner Party und ich gehe da hin zu der Vorstellung von der Kollektion. Das ergibt für mich auch mehr Sinn, dass sein Vater dann plötzlich in der Schule steht, anstatt wie es im Buch war, dass er dann da plötzlich steht. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie es im Buch dazu kam, dass er dann da plötzlich steht. Und ich habe das Hörbuch nochmal gehört, muss man dazu sagen. Also, es ergibt für mich einfach viel mehr Sinn. Und ich fand, wie wie Oxford umgesetzt war und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass die Szene mit Lydia nicht vorkommt. Mit Lydia und mit Ruby, wo Lydia dann weint und ihr halt von der Schwangerschaft erzählt. Aber, Leute, ich habe es geliebt. Und ich habe vor allem geliebt, dass es nicht auf der Toilette stattgefunden hat, sondern dass es draußen war, an der frischen Luft. Wirklich, ich habe es so geliebt, dass es draußen war, an der frischen Luft und nicht auf der Toilette. Ich habe direkt nach Freundin geschrieben und gesagt, oh mein Gott, wie geil ist das bitte, dass dieses Gespräch zwischen Ruby und Lydia nicht auf der Toilette stattfindet. Und klar, ihr war schlecht und sowas. Ich meine, sie übergibt sich ja auch trotzdem dort. Aber ich finde es toll, dass es nicht auf der Toilette stattgefunden hat. Ist einfach so. Ich kann da auch nichts anderes zu sagen, als dass ich es toll finde, dass es nicht auf der Toilette stattgefunden hat. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, wo mich der Unterschied, oder wo es mich stört jetzt nicht, aber ein Unterschied, der mir noch aufgefallen ist, der genannt werden sollte, ist, dass im Buch eigentlich Ren, der beste Freund von James, in der Serie ist es Alistair. Finde ich eine sehr große Änderung, macht aber aktuell, ist es noch nicht schlimm. An alle, die wissen, wie durch ein 2 und 3 weitergeht, da macht es dann schon einen Unterschied, ob Ren der beste Freund ist oder nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie das noch irgendwie vielleicht eingebaut wird, dass es dann trotzdem Sinn ergibt, was da so alles passiert. Aber ich liebe Alistair einfach, wirklich, ich liebe die Rolle, ich liebe den Schauspieler, ich liebe alles daran. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass er der beste Freund von James ist. Übrigens, James findet ihn und Cash küssend, was ich auch cool finde, dass er es ist und nicht Ruby, wie ein Buch. Ja, also es gibt einige Unterschiede, es gibt auch einige Sachen, die gleich sind, aber grundsätzlich, wie gesagt, die Sachen stören mich nicht besonders. Und als letztes kommen wir zum Fazit. So, nun kommen wir zum abschließenden Fazit, ohne Spoiler. Ich finde, von allen Buchverfilmungen, wo ich sowohl Film als auch Buch gesehen, gelesen, wie auch immer habe, von allen Buchverfilmungen, das sind ein paar, nicht alle, also so extrem viel, ist es nicht, dass ich da so extrem viel fundiertes Wissen habe, aber davon, wo ich Bücher und den Film kenne, ist das die beste Buchverfilmung, die ich je gesehen habe. Ich finde, es ist super gut umgesetzt. Ich finde, die Sachen, die geändert wurden, passen super gut in den Film rein. Wir sind in die Serie. Ich finde geil, dass es eine Serie geworden ist und kein Film, sodass wirklich die Geschichte auserzählt werden konnte oder durcherzählt werden konnte. Die Sachen, die fehlen, also mir hat jetzt nichts bewusst gefehlt, wo ich sage, okay, das hätte unbedingt noch reingemusst. Mir fällt nichts ein. Also ja, ich liebe die Serie, ich liebe das Buch, ich liebe die Serie und ich habe es noch nie gehabt, dass ich Buch und Serie liebe. Ich habe dann immer nur gesagt, ich liebe den Film, weil ich habe die Buchreihe geliebt oder so. Aber hier kann ich wirklich fest überzeugt sagen, ich liebe sowohl die Bücher als auch den Film. Ich vergleiche jetzt die Buchverfilmung mit den Büchern. Die Bücher waren bei mir allesamt eine 5 von 5. Die Serie ist eine 4,5 von 5. Definitiv. Die beste Buchverfilmung ever für mich bisher. Wirklich. Ich habe noch keine Buchverfilmung gesehen, die besser war. Es fehlen bei so vielen Filmen immer so viele Sachen. Es werden Sachen hinzugedichtet, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die komplett sinnlos sind. Wenn man ein Video zu Silber gesehen hat, da wurde alles geändert eigentlich. Die ganze Story hat gar nicht mehr gestimmt. Nur noch die Grundgeschichte war vorhanden. Aber ich liebe, liebe, liebe diese Buchverfilmung. Und ich finde, es ist die beste Buchverfilmung ever and ever. Wirklich. Also für mich absolutes Jahreshighlight an Serien, glaube ich. Ich glaube, da kommt nichts mehr drüber dieses Jahr. Ja, also absolut genial. Aber ich möchte natürlich gerne auch eure Meinung wissen. Deswegen schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ihr die Buchverfilmung fandet. Es ist natürlich immer eine Sache, also jedem gefällt was anderes. Ich habe schon jemanden gesehen, der gesagt hat, es ist schlecht. Ich habe aber auch schon einen Kommentar gesehen, wo er auch jemand gesagt hat, die beste Buchverfilmung, die die Person je gesehen hat. Also da war die Person dann meiner Meinung. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht gestört oder nicht gestört hat. Oder wie ihr dazu steht, dass Sachen abgeändert wurden. Können wir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber passt auf, schreibt bitte Spoiler davor, damit eben die Leute, die vielleicht die Serien noch nicht gesehen haben oder die Bücher noch nicht gelesen haben, nicht allzu sehr gespoilert werden. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt, wie ihr denn dazu steht. Fazit zu den Personen, die sind gut besetzt, finde ich. Und ja, abschließend möchte ich noch sagen, haben vielleicht auch einige von euch da mitbekommen, aber Staffel 2 ist angekündigt. Es wird eine Staffel 2 geben. Sie ist bestätigt. Und ich freue mich schon so unheilig darauf. Und eine meiner besten Freunde und ich, wir haben uns schon darauf geeinigt. Wir treffen uns dann an einem Tag, entweder bei ihr oder bei mir und werden diese komplette Staffel zusammen durchsuchten. Ich werde mir auf jeden Fall auch vorher nochmal das Hörbuch anhören dazu, damit ich dann natürlich auch vorbereitet bin. Also ich habe die Bücher damals gelesen, ja, aber um eben wieder reinzukommen, die Hörbücher gehört. Ähm, genau. Aber ich freue mich schon so unheimlich auf Staffel 2, wirklich. Also ich liebe die Serie. Ich freue mich schon so auf Staffel 2. Ähm, und natürlich werde ich dann auch nochmal so ein Video für Staffel 2 drehen, wenn sie dann rauskamen. Ob ich davor nochmal ein Video mache mit, ähm, also wie ich es jetzt gemacht habe, dass eben diese Serie kommt, glaube ich eher nicht, weil was soll ich machen, ne? Es sind die selben Schauspieler und so. Vermutlich. Ähm, deswegen macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber definitiv werde ich dieses Video, so wie es jetzt ist, auch nochmal dann für Staffel 2 natürlich drehen. Und, ja, ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir immer gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.